Wir wohnen bei Schüttel, wo es dann eine Tauchen, Tour, Tauchen, Fahrt, auf 3000 Meter Tiefe, so tief tauchen die Wale, um dann mal zu lernen, was da unten draus ist. In einer gewissen Zeit kommen dann Sounds und Länge vom Genie-Entrex-Stationen. Das war der Grund, als ich vor 20 Jahren, muss das wohl her sagen, wo ich zum ersten Mal die Schaufelte von Kurtis gelernt habe, mit dem Waxer. Da habe ich gedacht, das hast du irgendwie schon mal geändert, so drin. Und ich dachte, man hat überlegt, bei Metrix, was hat das gelernt. Und es gibt auch auf der Scheibe, Electric Regulant von der, du sagst, die letzte von Metrix, ein Song da auf, der heißt, 1985, in Wörmeneisch-Töne-Töne-Töne. Das heißt, 1985 wird er sich, gesagt, der Anwalt verwandelt in den Mehrfachen. Er wird nur auf den Meeresgrund treten. Und da haben wir quasi nachträglich eine Rechtfertigung gefunden für unser Programm. Das hatte ich ja schon sagen, gesagt, vorher. Und nach einer Stunde kommen wir dann so langsam wieder hoch, auf normale Wüste wieder zurück in der Bigger-Wieder. Viel Spaß. Viel Spaß.